Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu Bioshock Infinite und wir sind hier gerade mitten in einem Kampf Oh, ich höre es schon wieder Noch ein Kampfschiff links Links? Ah, das andere links, achso Ja klar, geht her, dass es besonders gibt Ah, ok Oh, wie kiesel Was? Die Box? Ja, du Alter, ernst Hör mal kurz auf Danke So, die Box wollen also Ja, ja, genau Okay, hier geht es scheinbar nicht mehr so gut Dann wollen wir mal halt Okay, und Ja, wo denn? Ja, wo? Ach, guck an So, los Hör auf Hier, das wird helfen Prima So Du erschießt dich dann gleich selbst, ja? Machst du doch, ne? Machst du? Wow Ja, ist doch alles, äh, easy going bis jetzt So Machen wir mal hier hoch Ach, guck an, ich hab keine Muni mehr So Und jetzt? Hast keinen Bock mehr, ha? Der Schlagweentot Hey? Ja, gerne Wo bist du, Schatz? Ach, Schatz, sag ich schon Was sag ich denn jetzt? Schatz, auf einmal Hallo Ich hab kein Rückgrat Ist so doof? Ich hab ganz viel Rückgrat Das meiste ist hinten im Rücken Kann ich da rüber springen? Nein, mach ich nicht Nein, machst du nicht Bam Das war jetzt, äh, witzig Na Kommt, haut euch Warum sind die hier, äh, Liz? Da ist er Warum, aha Natürlich lassen wir dich nicht im Stich Ich lass dich nie im Stich Sieh mal Skylines überall auf dem Flaggschiff Sie sind voll mit diesen Patriot-Kapseln Von dort aus müssen sie abgesetzt werden Ich würde da nicht hingehen, solange diese Kapseln da sind Kommt, sag ich, ist ganz oben auf dem Schiff Los rauf Ja, natürlich Das wird jetzt auch nochmal ganz witzig Schieh dir die Wetter an, mein Kind Er hat etwas an sich, das man nur schwer einschätzen kann Bald wirst du sehen, wie ich bin Und wie er nicht ist Äh, ja Hör mal Ja, gerne Wo hast du das eigentlich her? Du saßt die ganze Zeit hier in der Ecke Warum hast du mir das nicht sofort gegeben? Ja, jetzt guck dir auf, doof er So Ja, kommt Gebt es mir Hoppala Ja, meinst du? Komm schon Komm schon, lass mich Lass mich bereuen Ich bin mächtig gespannt Ich will immer was sagen Und dann denke ich mir Hallo, ich bin hier Das guckst du doof, ne? Kalt Warum kalt? Heißt das im Umkehrschluss, dass ich heiß bin? Willst du mir etwas sagen? Ich stehe aber nicht so richtig drauf, Kollege Ich klau mir hier alles zurecht Was? Warum sagt ihr immer Hurensohn? Das sagt man nicht Das heißt, sagt man nicht Ach, guck mal an Schadensboost Ähm Was habe ich denn jetzt momentan eigentlich? Ich habe einen Salben geschnitten Ich habe das gar nicht Ich glaube, wir sind schon voll, ne? Ähm Karabiner, Karabiner, Karabiner Okay, ich glaube, hier Ich wollte das nicht so Aber gut Ja, ich weiß das auch nicht Jaja, ihm nach Hör doch mal auf Meine Güte So ist Achtung, fertig Ja Ja, ist gut Genau Bam So Lalalalalala Wow, Kollege Was war denn das? Das war aber nicht Wow, 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 wow Hi Mhm Kampel So Gibt es noch irgendjemanden, den wir hier niederschießen müssen? Wow, 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 wow Okay Was, 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 was? Wo? Ach, guck an Hier Genau in seinem Feuerintervall renne ich rein Natürlich Natürlich Wo lang jetzt? Ach, wir müssen runter? Ich dachte, wir müssen hoch Hallo Achso Okay Greif dich von hinten an Und hoch Ja, gerne doch Bitte sehr Danke Danke Schieß nicht auf meinen Verbündeten Okay, das sind mal Gegner, die ich hier habe Skylines führen hoch zum nächsten Deck Wenn wir diese Kapseln wegschaffen, könnten wir damit auf die oberen Decks gelangen Das wollte ich gerade vorschlagen Ja, ist gelogen gewesen So räumen wir sie frei Ich habe die Saat des Feuers gesehen, die das Sodom unter uns auf das Kommen des Herrn vorbereiten wird So, echt? Aber nicht ich werde das Banner dem Berg hinauftragen Diese Aufgabe obliegt dir, Elisabeth Sie obliegt dir Ah, ja Die Skyline ist frei, Bucca Ja Äh Was war nun? Achso, müssen wir Ah, okay, ich verstehe Komm mit Auf einer Seite unseres Lams steht der falsche Hirte Auf der anderen die Überreste der gotteswesterlichen Vox Populi Wer von euch Männern kehrt nicht freudig ein zu Gott, damit sie ihr Schicksal erfüllen kann? Freut euch! Freut euch! Der Tod hat keinen Stacheln! Ach, der da! Aber klar! Oh je, hab ich da alles nicht zu? Was? Das brauche ich aber nicht Ach, guck an Das ist aber böse Die haben wir jeden lassen, aber ich meine, die sind sehr gut, aber ich wundere mich gerade Ich schaue es jetzt mal auf Mein Gott Ne, was ist denn das hier für manieren? Das ist die Steuerung Schaffen wir die Kapseln von den Strecken Genau Na, lass mich los hier, verdammt Ich glaube, da hinten waren aber noch mal ein paar Oder? Nicht? Bucca, Flackgeschütz! Was? Strom Warum sinken die so langsam? Ich weiß nicht Wir müssen abwarten Ein Viertel der Kapseln ist weg Mehr nicht Was soll das jetzt? Ach, guck an, da kommen sie alle Sorry Lalalala Oh, wo kommen jetzt noch ein paar Gekker? Hier Ach, guck mal Hallo Äh, wer schießt denn da? Drei Pötten Das hat er Hör auf Au Oh Alter Das waren dann doch vielleicht ein paar zu viel Das zieht sich aber wirklich Echt? Hey Ja, super Ah, knapp Nicht mehr Glück Genau Kein Erbarmen mit den Erbarmungslosen Genau Kein Erbarmen mit den Erbarmungslosen Oh, danke Oh, danke Oh, oh Oh, oh Oh, oh Kämpfe gegen ihn So, guck mal Na Okay Ui Hoppala Du willst du nicht etwa Na komm So Oh Ach, guck an Ich hab's Ernsthaft Ja gut Hätte ich das Äh, bewusst Okay Hier war doch ein Waffenautomat, ja Der keine Waffen gibt, sondern Okay, pass auf Ich hab da hinten Ach, guck an Hier ist ein Salze Schön Ja, immer her Immer her damit Dankeschön Ähm Ich hab da hinten irgendwo Ah, guck mal hier oben Die sind doch Medi-Kids Ja, die können wir Ja, entschuldige bitte Elisabeth Aber ich muss ganz kurz eben Ähm Für Karabiner Okay Und für Für, 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 für Für, 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 für die Schrotflinte Hm, hm, hm Na So eine Überraschung Ja, und nun? Ein Jahrmarkt der Sparsamkeit Zu der Rundmitte Wohin müssen wir jetzt? Ja, jetzt zum Zum nächsten Deck mit der Skyline Ich bin ein wenig, äh Ja, das Gucken wir mal Ähm Ach Hier war das Ist auch einfach Ganz einfach Geschafft Oh Shit Bleib Stehen wir doch nicht immer im Weg Okay Okay Sieht gut aus Ein Box Ah, guck mal an Unsere Vorrichtung zeigt uns Dass das Mädchen die Flamme ist Die die Welt entflammen wird Mein Bruder sagt Wir müssen das Was wir getan haben Ungeschehen machen Aber die Zeit Gleicht eher einem Ozean Als einem Fluss Warum versuchen Eine Flut zu erzeugen Die doch nur wieder Abäppen wird Ja Sehe ich Genauso Ja, ich komme wieder Darf ich hier Ähm Ah Guck mal an Schön Was ist hier? Okay Müssen wir hier überhaupt rein? Gucken wir einfach mal Ich probier's mal Du bist die Beste, Alice So Ja, schön Hier sind sehr, sehr Viele Salze Ach, guck mal an Jetzt haben wir noch Overkill Beim Töten mit exzessiven Schäden Werden nahe Feinde betäubt Vergleiche anzeigen Erhöht den Schaden Um 25% Zählen Erhöht den Schaden Um 25% Erhöht den Schaden Okay Ähm Wir nehmen sie nur an Legen sie aber nicht an Ja, und Äh Und nun? Hier ist Geld Geld Danke Danke Ja So, wie war das jetzt? Und hier wieder raus wohl, ne? Ja, ich denke mal Ja, geh mal Los Hier werden wieder ganz Äh, sag mal Hier wieder hoch Ja Äh, da war ich doch vorhin schon Ich verstehe das nicht Hä? Ich soll mit der Ja, und nun? Soll ich das überhaupt so machen? Boah, ich mach das einfach Ich weiß es gar nicht Das sieht aber nicht richtig aus Nee Das ist falsch Autsch Wo muss ich denn lang? Verdammt So Fahren mit der Was? Fahren mit der Skyline Zum nächsten Deck Will ich ja Will ich doch Das ist die Skyline Bin ich jetzt doof? Habe ich jetzt Irgendwas verpasst? Nicht gut Lalalala Das kann noch dauern Okay Hier ist so Ich bin momentan Ein bisschen verpeilt Ich hab aber auch Echt schon eine Session hinter mir Ich bin auch Sowieso schon platt Was ist das? Äh Leute Oh, ich merke Ich brauch gleich Eine Pause Ich bin momentan Richtig Komplett Platt Ja, dankeschön Mhm Ja War mit der Skyline Aber die Skyline Ist doch Das ist doch Ich peil das nicht Aber ich komm doch Aha Ach guck an Es mag sein Dass ich sie besiege Dewind Aber sie hatten Immer schon Einen Hand Zur Selbstzerstörung Wer weiß Vielleicht Kommen sie mir Ja zuvor Ja, ich komme Ja, ich komme dir zuvor Hier hätten wir nochmal Die Chance Auf weitere Was? Öffne ihn Hier Wow, das klingt ganz nach Was? Wow, ich sehe gar nichts Na, kommt Wow, Leute Ihr habt es doch nicht alle Wow, nein Nicht schon wieder So Okay Dieses Ziel Ist ihm Umgegen Warte mal Ich habe doch einen Pumpen Wo ist der? Wow Wow Ich bin gar nichts Gemächtig Alter Ganz ruhig Was stimmt nicht mit dir? Stimmt doch Eindlich Nein Ich fange die Salze Dankeschön Ich gebe dir Feuerschutz So Öffne ihn hier Was? Oh Mann Ich war zu schnell Sorry, Leute Okay So Ähm Ich wollte hierhin So, dankeschön Du arbeitest jetzt mal für mich Kriegen wir das nochmal hin? Ähm Medizin brauche ich nicht Hört doch mal auf Auf mich zu schießen, Leute Was? Ja, gerne Prima Ach, guck an So Es ist nicht Bündeltig Boah Leute Wow Was? Ich habe Spiegelscherben verstanden Das kann er aber unmöglich gesagt haben, oder? Dieses Beilein bringt uns zur Kabine des Propheten Okay Weil Spiegelscherben, das macht doch keinen Sinn Du willst reinen Tisch machen, falscher Hirte Aber er läuft die Zeit rückwärts, ehe du Erlösung findest Manche Sünden können nicht vergeben werden Das stimmt Ich sollte hier hin, oder? Na dann Öffne mir mal die Tür Zum Propheten Äh, und ich? Hallo? Konfrontiere Konfrontiere Das ist mein Turm Konfrontiere Was ist das? Der Siphon? Ich hab das da gesehen Ich hörte dich von oben singen Und die Maschine erwachte zum Leben Und dann im Grab meiner Mutter war eine kleinere Sie hat mich ausgesaugt Vielleicht kann ich deshalb nicht Was? Als ich klein war, konnte ich nicht nur Risse öffnen, sondern sogar neue erschaffen Was? Überall hin, wo ich hin wollte Aber in dem Turm? Ja, ich bin gleich bei dir Was? Wer ist gleich bei dir? Geh weg Ich bring's zu Ende Bukka, nein Das geht nur ihm und mich was an Du tapst in eine Falle Ich muss das tun Komm her, Kind Komm, ich beiße nicht Was bist du groß geworden? Sag's mir Was bin ich? Sieh dich an, wie du aussiehst Hey, lass sie los Elisabeth Ich habe alles nur zu deiner Sicherheit getan Sicherheit? Wovor? Der Spross des Propheten wird den Thron besteigen Und die Berge der Welt in Flammen hüllen Doch der Erzengel sprach auch Hüte dich, Prophet Hüte dich vor dem falschen Hirten Bukka Devit Wie eine Wand wird er stehen zwischen ihr und ihrem Schicksal Warum? Devit, ich bin ein Narr Mächtige Armeen habe ich gegen sie geschickt Feuer habe ich auf sie niederregnen lassen Nur um sie von ihr fern zu halten Dabei hätte ich ihr nur die Wahrheit sagen müssen Frag ihn, Kind Frag ihn, was mit deinem Finger ist Frag Devit Lassen Sie mich Los, frag den falschen Hirten Sag's ihr Sag's ihr falsche Hirte Sag ihr die Wahrheit Meine Hand Sag's ihr Bitte loslassen Sie ist deine Tochter, du Dreckskerl Und du hast sie im Stich gelassen War's das wert? Hast du gekriegt, was du wolltest? Sag's mir Raus damit Es Ist Vollbracht Nichts ist vollbracht Jetzt sperrt sie ihr Leben lang ein Schneidet ihr den Finger ab Und schieben es auf mich Bukka, hör auf Du hast ihn getötet Was hat er gemeint? Hä? Sag mir, was er gemeint hat mit meinem Finger Ich weiß nicht Keine Ahnung Ich dachte, du bist damit geboren Ich weiß nicht Deine Nase Was? Sie blutet Was? Elisabeth, ich schwere dir Ich weiß nicht, was er damit gemeint hat Ach doch Du erinnerst dich nur nicht daran Nein Ich beweise es dir Wir zerstören den Siphon Die Antwort liegt hinter einer deiner Türen Du musst sie nur öffnen Den Siphon zerstören? Das ist der ganze Turmbucker Wie sollen wir das machen? Keine Ahnung Ich lass mir unterwegs was einfallen Ähm Finde die Steuerung Dann Was? Ich dachte Das ist jetzt zu Ende Was weiß ich Was mit deinem Finger ist Du kamst doch an Und guck mal mein Finger Erinnert ihr euch noch? Zu Anfang? Sprichst du jetzt nicht mehr mit mir? Okay Dann steuern wir mal Was? Käfig, was hat das? Und jetzt? Was will sie uns sagen? Käfig, Jaula, Gabia Cage Cage Käfig auf Englisch Sie sagten, sie wüssten, was gut für uns ist Bucke? Sie sagten, sie wüssten, was kommt Was ist denn jetzt? Wow Hast du das vorhergesehen, Alter Wir müssen uns bereit machen Ich glaube, die wollen Bucke Du setzt deine Tochter nicht auf den Ton Er schickelt sie ihr ins Kram Was? 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 Wow Sssst Sssst, ist ja gut Ich bin hier Wirst du mir helfen? Du musst mich beschützen Tust du das? Tust du das für mich? Ein letztes Mal? Bitte Los Los Los, los, los Bucke, er hilft uns Wir können ihn gegen die Voxflotte einsetzen Äh Was machen wir jetzt? Bucke 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 Soll ich noch was? Wow Du kannst jetzt Songbird befehlen, vorhandliche Bedrohungen anzugreifen Ziel auf eine beliebige markiertes Ziel Und halte F gedrückt Blablabla, okay Okay Bucke Bucke, sag Songbird, wo er hin sollt Bucke Bucke Das Röwen, die wachsen Wow Wir brauchen das Ding, um nach Monument Island zu kommen Krass Was ist denn da? Wo ist denn da? Wo ist denn da? Wer ist denn jetzt an Bord? Ich sehe niemanden Warte Ach, guck an Ich hab ich gar nicht gesehen Oh Boah Krass, Alter Ach, guck an Seid ihr auch schon da? So Du machst mal da deinen Job Danke schön Ja Genau, mach mich mal fertig Das Rächelt uns weiter Wow Okay Songbird gefällt mir Wo denn? Ist nicht schlimm Ich komm's da Halbwegs Echt? Ich weiß nicht mehr, wo du bist So, kann ich noch ein Schiff irgendwie Genau Weiterkämpfen, Brüder Sag, wo er hin soll Ja, ich weiß ja selber nicht Was hier? Wohnschiff? Ja, ich wüsse jetzt Wow Alter Ich will ja, aber Welch Ich kann sie hier irgendwie nicht an Ah, anvisieren So Wow Alter Wie krass Oh nein Nein, 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 nein Okay Das ist etwas, was ich nie so Das ist natürlich Ziemlich von ganzem Was? Du bist doch auf meiner Seite Wen nennst du dir Schwein? Kann ich, äh Hallo Oh, ich hab keine Ja, danke Kann ich denn auch mal wieder, äh Songbird beschleunigen? Leider alles Wow Gut Na? Hier, Bucke Boah, ich find das so krass, ne? Ich bin grad ein bisschen ruhiger Aber auch wirklich nur, weil ich, äh Leicht angespann bin Die Box also, hm? Oh Mann, Kollege Ich will hinter dir Stirbst du auch irgendwann noch? Meine Güte, ne? Was, was, was? Was sagen wir Ja, aber ich wüsste jetzt Warum nicht? Oh, 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 oh Shit Oh, shit Oh, oh Das sieht nicht gut aus Ich glaube, das sind doch mehr Mehr von was? Nein Äh, schießt euch mal selbst, ja? Ja, ich weiß nicht Ja, komm mal her So, das war jetzt wirklich sehr nötig Wow Okay, Salz sind auch immer gut Wow, alter Ja, dann ruf ihn mal Wow, ich führe alles Zerpline Müssen wir sowieso machen Oh, Leute Was? Oh Nein Motorisierter Patriot ist nicht cool Was? Okay, komm schon Wer ist da und Okay, kann ich irgendwo nochmal Songbird rufen? Okay Und weiter hinauf hinauf Rüber Wow, 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 wow Was? Wurden gehst du? Ah, sehr interessant Ähm, wir schießen da Ähm, wir schießen da Wow, ich glaube, das ist keine gute Idee gewesen, hier hochzukommen Das ist mit Songbird Ähm, okay Ich würde sagen Immer wieder runter Ernsthaft? Jetzt ist er bereit? Ähm Wow, 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 wow Okay, wo ist denn der große Zeppelin? Ja, mach schon Na, komm schon Du sollst mir doch helfen, Wufalli Oh Mann, 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 Leute Was macht ihr hier? Seid ihr doof? Ja, dankeschön Immer her mit der Monat Ja, wie lange dauert das denn noch? Was? Was schreist du denn so? Ist doch alles okay Ist doch alles easy cheesy hier So Was haben wir noch? Na, komm Ach, guck mal an Da hinten haben wir wieder Kollegen Na, komm schon Na Böse Aufwand Ja, ja, macht mir den Bock kürzer Na, komm schon Mann, das dauert hier aber wieder Äh, nein Nein Äh Ja Ja Ich bin schon am suchen Ja, hör doch auf rumzuzicken Ich sag doch gar nichts Okay Zuka, er ist bereit Was? Aber wir sind schon wieder bei 40 Minuten angelangt Und ich war eigentlich Äh, fest davon überzeugt Dass wir es jetzt schaffen Und ähm Dachte ja, gut Machst du die letzte Folge mal ein bisschen in Überlänge Aber wenn wir jetzt den Endkampf nochmal machen müssen Das wird dann Das wird echt jeden Rahmen sprengen Und ähm Wie gesagt So leid es mir tut Aber das müssen wir dann halt Das Finale auf Eine weitere extra Folge legen Und äh Ich hoffe ihr seid trotzdem Nächste Folge wieder mit dabei Wenn es heißt Finale Und bis dahin Tschüss Aching heart You know I've loved you truly Many years I've loved you night and day How can you leave me Can't you see my tears Listen while I stay After you've gone And left me crying After you've gone There's no denying You'll feel blue You'll feel sad You'll miss the dearest smile That you ever had